Guten Tag, herzlich willkommen zu diesem Video. Es heißt Alkene, Einführung. Sicher könnt ihr euch noch an die Alkaner erinnern und an einen ihrer Vertreter. Das Ethan. Ethan besteht aus zwei Kohlenstoffatomen, die mit einer Bindung verbunden sind. An jedem der Kohlenstoffatome befinden sich noch drei Wasserstoffatome, jeweils mit einer Bindung verknüpft. Ethan ist ein Vertreter der Alkane. Es ist ein Alkan. Alkane sind chemisch ziemlich träge. Sie sind jedoch zu gewissen Reaktionen befähigt. Unter bestimmten Bedingungen bilden sie ein Reaktionsprodukt, das ich rechts einmal aufzeichnen möchte. Die beiden Kohlenstoffatome sind weiterhin mit einer chemischen Bindung verknüpft. Und an jedem der Kohlenstoffatome befinden sich nun statt Dreier jeweils zwei Wasserstoffatome. Was ist geschehen? Vom Ethan-Molekül wurden zwei Wasserstoffatome abgespalten und sind in Form von molekularem Wasserstoffatome. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Und zwar 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 auf www.sofatutor.com